Co, sind wir drauf? Wir sind drauf. Wir sind drauf, wir sind drauf. Oh, der Weg mit der guten Playa. Und das hätt's jetzt wieder ein bisschen weiter noch entnehmen. Ja, das hätt's jetzt wieder direkt in der Nase drinnen. Ja, das hätt's jetzt wieder direkt in der Nase drinnen. Die Horsten, ne? Föderation, Jungs. Ich bin schon dran. Wir müssen Föderation, Jungs. Also der Dings ist übelst guter Sniper gewesen, schon Black Ops 2, der David. Ich denke, Playa, der wird uns zur Überquerung rasieren. Na, der spielt mit Tamar, Alter. Ja, ich mach defensiv. Versuch's auf dem Punkt. Oben, bei diesem Strip, oben da. Das gibt's nicht, Alter. Da oben drin ist er. Ja, hier wird angettet. Da. 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 Das war's. Ja, da sind die DM. Da. Da. Schönen die voll die kommigen Seiten vertauscht Alter Guck mir vor wie Angriff So um Dach? Nein unten Der ist bei dir vor Ort Schön Bude Im Pärsatz sind schon so Schimmler da Bombebeeter und das ist taktisch überragend clever Taktisch 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 und ich nehme nicht die Bombe alter mir könnt ihr sowas nicht vertrauen wenn ich in die Schuhe Bude Oh, play, drei Kürzer aus Das sieht sehr schön Bombe erlangt Geh mal erst unten rein, ICW Guck mal, ob da was kommt Wieso hab ich überhaupt die Bombe? Der macht jetzt einfach oben drauf Was natürlich jetzt nie keine Margen würde Hast du ein Pieck, Katze oder schon? Nö, okay, dann guck du da Ich mach weg auch Es ist ein Drittel der Zeit ist weg und er sagt, die Zeit wird es knapp und Musik fängt an Das ist übelst scheiße Das muss ich nicht ausstecken Geh mal oben raus, Jungs Geh mal hier unten durch Dann kommst dran Durchlegen Oh, hab ich ihn wieder Oh, okay, hab ich Da war Oh, Beide auch noch Sorry, ich muss Der Snipe um Ja, vorne, 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 war da Oh, Katze sagt doch da, im Eck, Mann Ich hab doch gesagt, das vorne Oh, okay Richtig hin Geht nicht mehr Oh, wenn er es kommt, bin ich tot auf jeden Fall Das tut uns Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, mein Gott Alle vier gehört Keine Ahnung, was ihr da gemacht habt Ich hab oben auf den Sniper geachtet Hat die Sanssaker, weil ich nicht gesehen Da ist vorne, vorne kann alles sein Vorne kann links sein, vorne kann rechts sein Ja, vorne, an der Bombe Da muss man durchs Buss Vorne, an der Bombe, heute ist es raus Ja, vorne, ne? Ich hab den aber auch nicht gesehen, weil ich oben geguckt hab Wenn er vor mir steht, was soll ich denn das sagen? Vor mir Vorne links, das hat die Ecke Dann nehmen wir Bumbe Bist du links oder rechts, da um geht's Er stand da vor mir, also vor mir Vorne Ah, okay Oben wieder In dem Hausdings drin In einem Stripclub oder was es sein soll Der Seite war da Wiederum Das One-Shot Ja, ich hab ihn angehltet Ja, ich hab ihn angehltet Der ist ein gutes One-Shot, oder? Ich hab ihn angehltet bei dem Jeep ganz rechts außen Ganz rechts außen, ich seh den nicht Oh doch, der ist oben auf dem Auto drauf Hab ich es dann Ja, aber Na, Roman Letzter ist wieder der Sniper-Fuzzer Wo ist er? Ach, wo ist er? Ach, wo ist er? Oh, okay, wird sauber Alter, wie schnell die Sterben Das gefällt mir so sehr, Alter Das ist so wichtig Ich bin ein schönes Verlangen Nei Was? Wir haben die die auch genommen Wir haben die Premiums-Internet Neuig Das ist ein übel-schei, neuig Ich kann eins mit dem Pi vorne hin. Wohin war der schon vorne bei B auf dem weißen Auto drauf oder was das sein soll? Weißen LKW oder? Wo war der da? Äh, am Panzer. Hinter uns, hinter uns. Es ist hinter uns, jetzt kommt er. Ach Katze. Ich hab Bombein, da musst du hinter uns gucken. Ich mach sowas nie mal. Ich weiß gar nicht, ob Sniper war, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wo ich mich da hinstellen soll. Ab ihn. Sniper oben. Tod. Nein, nicht unten. Nein, er ist am LKW und er klettert hoch. Oh je, Alter. Sag doch unten. Oh, ich krieg hätte Maka. Der letzte, oder? Ja. Ja. Jo. Jo. ich dass ein Scherz klau doch einer lieber nach er ist hier bei mir Roman und er hat er er hat er im Stift der Exel perfekt der Hitlitzschule Kuckuck und sie zu tun der Katz oder was dann er kann so überstehen wir müssen auch kurze spät werden die Friseur ist ein bisschen nicht drüber haben gestand die Europäische Klopp linke Seite meine Brüche durch das und durch von uns Kette müsste ich hinter dir kommen also keine Ahnung das ist oben oder ist oben erst um mich holt im Mann ich bin klar für das und dann nur mehr nach Jungs Mann 8 wir sind in Kirsten was er ist über den Klinik das sind zwei das können wir machen das ist auch mein Glück schwingt und und die BK ich hochkippen Prozent Prozent ich sehe es Kassus ich glaube oder oder darin wenn wir oben gesehen es wird kurz war schade er lag da die ganze Zeit Ohr 3 gedrückt es wird persönliches heißt der Unfer das ist ein Scheiße dass man das nicht aussteckt hat muss man halt tja nur ich was du mein Fisch ich gehe mal hier mit rein geh mal ins Haus den Bomben noch mit die eine Bombe eigentlich, ja egal leider schon sofort bei euch unten drin kann bei dir sein Handy ne hier war der ist nicht, dann ist er oben oder hockt hier oh der pusht schon, der ist unten bei mir drin der hinterläuft schon ganz Mitte auf jeden Fall auf die Zeit wird knapp oh auf dem Auto war der Kirstone oben das blaue Ding ist noch nicht kaputt der ist unten wieder bei mir der ist wieder zur Mitte gegangen hier das ist der erste die 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 Schade Kaputt gemacht Kettler oben drauf ist sie zu den Gästen und durch pusht oder weil er kommt durch die Mitte und er kommt bei der Tankstelle rein da unten ich bin Nöse ich gehe mal kurz auf Dach aber kurz vor Campen und versuchen ihn zu holen Ab Sniper er ist schon obendrin im Magen Beine und schon einfach durch es war mir ob sie heute noch mal proben Nelder weiß aber dass ich bin und der Stromdorger der Sprung der S-Best-Auswahl den übelts auf den Monat der Vorstand was er ist wenn du weißt dass er immer immer kommt am besten die Strasse der Leine das war jetzt erst das zweite Mal das Recht zum Alter diesen in diesem Gang ist dann was dann zu den meisten seiner Schuhe die Beziehung und jetzt auch mal durch mal gucken ich gehe direkt durch die Mütter ich kann mal Sniper links außen komm schon wir haben die Bombe hab ihn oben auf dem Dach er snipet mich, ey woher weiß er der ist oben auf dem Dach da wieder und er hat diese komischen blauen Wand oben safe da ja leg ne ja stimmt, ich leg Dach was soll er mal nach oben Boah, er springt da rüber der ist hinter uns und und vom Elke hat er wieder 2 2 nur der Werke zu da push ich rum er push ich habe ich habe ich habe ich habe ich pass Bombe auf ahne Bombe, nice, sauber doch okay der mit seiner drehigen Sniper, der regt mich so auf, alter beim Zero läuft da auch, oder? was läuft? beim Zero läuft sag ich was so, ja, ja da läuft es immer bei mir läuft es auch nicht aber bei mir geht es noch ja, ja, der Bomben schlägt da das ist immer so, ja der ist unten bei euch, unter da, woher kommt denn da hin? der pusht durch der pusht einfach nur sinnlos durch die Mitte immer jede Runde irgendwo längst sinnlos holt aber mal was raus der war bei uns schon hinter mir, war der, alter, oje die Bombe wurde platziert die Bombe wurde platziert ich verstehe das nicht, die liegen einfach irgendwie rum, alter ich kann einfach keine beschissene Ecke, man Schali! dieser Marcel, man Schali mag auch das alles, ja ich kann den Schali massieren, Hanni, Batschali, noch keinen Mensch gesehen, gegeben ja, aber die Waffe ist glaube ich schon ganz gut die Waffe ist glaube ich schon ganz gut suchen und zerstören ich besuche wieder das Ziel zerstören wir haben die Bombe wir haben ja eins 1 1 8 L es ist es ein Mauer Karte der Masse der Menschen um die das ist schon vor der Saison und das ist eigentlich und es sind verstanden was ist das nicht schon da vorne bei uns irgendwo weiter aber er ist er musste nicht aus der Katze da muss so langsam die Mitte selbst machen Räde guck so was sie kommen gehen die Widerstand der Krupp und der Hauptmann wurde bei der Saison der Krupp und jetzt ganz so er ist er vor ja Mitte der Kronen Marcel selben das war zu leben vor allem ist es ein braun er liegt da wieder links links ein ach es noch zwei oder drei sogar und die zwei 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 der erste das hat gekillt um und und Jungs der Prost einfach nur drauf ohne Sinn und Verstand meine idee player ich lege ich mir einfach genau hinter die bombe das sieht man mich da sieht er ist am panzer hinten bei den habe ich gestunt das war so die Tankstelle der Ingo so am Ende der schon noch geholfen ist dann vom Panzer um drauf wenn man hinter mir selten ja wo ist der schon wieder durchgepusht ach klar der Stuttgart wenn ich halte die Morgabe 1 wir wollen da ist es ist immer so wie ich keine Ahnung man bekommt mehr der bestimmt jedes Mal holen fünfmal bestimmte er ist irgendwo irgendwie kommt das ist es aufhören und das ist jetzt aufhalten ich bin auch mal die Karte also das halte Verhältnis was weiß ich verhören wir haben sogar das nennen würde er richtig aber du hast auch nur du war schon ohne Bild das heißt dass man 1 ging drei drauf klar und das sieht nur der 1 in 1 gegen 3 1 in der Armee weißt du ich habe ich habe gerade eine Nachricht geschrieben Roman doch nicht ich hab dann ist denn dies doch nicht so hoch oder so sind auch sicher er wollen wir lassen oder und er kommt und dennoch das so werden das große Banken und er hat Prozent es ist auch ein erlöser Schalli konnte irgendwo immer durch tun du nenn ja durch Prozent a und b dann ist es ja nicht alles sehen ich habe sie gesehen mit dem Mann oder einer Panzer bis in Katze geht auch ein paar hat das Dach und Krupp das war der Mann ist doch alles ich dachte steht immer noch während der Karriere haben wir können als Runden am LKW wenn die ist in der Tankstelle das ist genau sehr gut und ich drüber aber zu haben und sie sind sie jetzt auch schon hoch was mit uns zu kurz hier ist doch ein WM-Quali so 3 als weniger und nach uns vielleicht so wo Förderer wir sind die Befehl die Sitzung ist auf der Schalber vor allem nicht direkt rechts geht aus doch nicht zu den gangen aber du siehst du damit ja wenn ich das ja rechts einfach durchprost wieder ich habe recht gestanden okay das war der noch einer wo recht erholt wurde aber Autos und die Börschung weg das ist ein weiter was auch können guckt trotzdem sie muss wie sie aus der Kälte genommen oder wer auch immer die Möte Busen ist ein Sender auch Autos der Selle gewähnten und mit Marke gegeben auch wenn es erlernt ist dr aber es ablenkungen die Krohlen aber komm mal der Wollt schon wieder pushen da ne das ist ja man muss den einfach nur rechts bei er hätte aber auch nicht auf den Atemküscher ich halte jetzt auf hier noch gleich links, ne rechts oben, die angezeigt gleich rechts oben rechts oben, wir zoom extra nochmal ran 1, 3, 1, 4, Splat, hoffentlich ich zähle dich Marcel er ist da an der B-Bombe ok, jetzt hast du den nicht bei mir landen also noch alter, oje hast du den gestunnt? ok auf hell man er schmeißt mir ne smoke hin alter gut dass er nicht mit Hared ist ok Wishing, wiekst du? Schalow ne man, ach wenn noch 3 gewesen ich bin noch je wenn wir springen und das ist echt muss ich mir glaub ich mal immer abgewöhnen, war? ja und manchmal hilft das die Situation, ne, weil ich sag, das ist die Situation, was echt gut ist ja, aber mal kicken das gehe ich nach unten das gehe ich nach unten das gehe ich nicht nach oben, sondern nach unten mit das Läuper ich stand wieder rechts Bucks Taktik wieder rechts gestand, oh er ist schon vorn und gibt mir, alter Mann wo vorne, wo wo? hier war der zurückrande in der Mitte über der Tankstelle irgendwo kann vorne schon sein bei euch er ist, ah, toll die Zeit wird knapp einer war Puff oben und einer war B oben im Haus oh, das gibt's noch mit Pistel wer weiß es? oh mein Gott wer lebt nur oben kann noch gehört wir haben die Runde verloren, aber nicht im Griff und das Glück Gott 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 Tani aus Na, der Typ macht mich fertig, Omar kann ich mehr ja Bist du easy viel du bist am besten easy viel ja ich weiß nicht wie sie so schnell an der B-Bumme sein können auch in der Mitte ja weil der Schein wieder blüht guck dir den Marcel an aber nicht mit Playa die Zeit wird knapp Karl wo dann alter oben Sniper der ist rechte Seite der springt da oben nur noch der Sniper er platziert er nervt oben er platziert bleiben alles klar ich versuche ihn zu granaten und mich kriegt dann noch und sie 3 5 k e-mail ich dachte schon wieder die Sonderheit erneutung ist schon übelst nach um im Kuhn das ist das ist noch ein bisschen anders zu sehen können und ich will spielen jetzt ich gehe noch mal und gesagte Ich habe ihn nicht gesehen Ich hole dich stehen Alter Quatsch links außen, Sniper bleibt er einfach Puff, Puff oben, nein Puff oben Ich weiß nicht ob er durch ist oder ich hab den nicht gesehen Puff er mal nicht Ist hier Herrschaft B? Herrschaft B Ich habe ihn gestanden Herrschaft B, ne? Ja, ja Ich glaube es ist eine Bombe, bin mir sicher Wo ist er? Der A durch Da geht er los Dann geht es ab Nee, der ganze Tag war Puff noch. Kann er nicht so schnell dahin gehen ohne schon noch angeteilt doch nicht mehr als sie die nie keine Ahnung weiter um mann ja um mann um mann die Küchen werden vor ein ich glaube ich muss auch mal Püschel Stiches und Schicksal in Klappe der Händler durch was auch geworfen einfach drauf ab 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 und so war alles ohne Smog und alles gehen um auf dem Dach auf dem Dach aber denkt wie in B mit euch gestand links ist im Gang der Granada hinter uns ist Anna er war auf dem Dach und Anna hinten das ist hier bei uns am Puff gewesen als ich da hinten stelle ich gucke ich gucke D3 erläutliche drehen einmachtischen ich bin auch ein Hitz Alter der Kleider holen und gibt mir übelst den Todeswert ach so war wie viel schluck besser die bühne sollten wir so das ist immer wichtig einfach so machen muss erst nach rechts gucken hier am Boden schneller ich bin schneller warum nach rechts schon? rechts kommt als erstes so, jetzt habe ich einen alter also rechts ist down die raucht von euch ne, achso einer ist irgendwo in der Mitte beim LKW wieder down oh je, ist der bad war der irgendwie Puff oder so? ja, Puff, oben habe ich geholt einen ihr seid durch schon, oder? ich schieße nur ja auf dem Auto auf dem Auto rum auf dem Auto auf dem Auto das Wort, da liegt unter dem Auto ja, damit ist der durch links jetzt unten durch bei dir den geben muss, oder? da kann ich nicht mehr ausrasten jetzt unten im Hausten hallo immer noch unten weiss er nicht weiss er nicht allein kann er nicht mehr ne fankstelle ist da links, Annie da links, Annie oh, schade oh, man, ich wollte killen oh, Annie macht gommelnhaft wieso, achso nö, nicht gommelnhaft, einfach so, weil ich nicht getroffen habe achso wenig Munition so, jetzt haben wir wieder B, ne? und mach alleine planen um gut der Kurschwerde schon ja, der Kurschwerde selber und angenäht um im haus zu sehen was für den oder er holt mich mitte vor b unten da du hast vor der bombe habe ich habe ich ok das klappt so langsam wunderschön übelst dumm gestorben doof und dumm und was Gigi Gigi Gude Gude Studie Studie Olaf ja Olaf Gude